Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier bei Let's Play Banished auf Zwergtube. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und tja, in dieser Folge werden wir noch ein bisschen was für die Nahrung tun, denn die rumpelt gerade ein bisschen wieder im Keller. Ich weiß, euch nervt das wahrscheinlich, wenn ich die ganze Zeit von der Nahrung rede, aber wir haben jetzt recht viele Häuser gebaut und so schnelle Bevölkerungszunahmen müssen natürlich auch erstmal verkraftet werden von unserer Nahrungsmittelproduktion und da ist ja schon die grobe Masse unserer Bevölkerung eingeteilt. Da müssen wir mal gucken, ob da nicht noch ein bisschen mehr geht. Beispielsweise könnten wir hier noch irgendwas reinbauen. Hier ist eigentlich auch noch nie... Ja, ne, die haben auch alles. Und ihr seht es auf der Karte, unsere Spuren der Zivilisation lassen doch schon mal deutlichen Schluss auf unser Städtchen zu. Golden Gate Award, Tatsache! Ich hab's noch gesagt. Und jetzt haben wir den Award auch tatsächlich bekommen. Die Golden Gate oder so ähnlich Brücke bei uns über den Teich. Ganz schönes Teil, ne? Muss man schon sagen. Das würde mich immer eins interessieren, kann man die Brücke jetzt auch kreuzen lassen? Geht wahrscheinlich nicht, oder? Da könnte man's machen, hier rüber, aber das würde uns nix bringen. Okay. Sei's drum. Aber weil die Brücke natürlich auch sauteuer war und nicht umsonst gebaut wurde, bauen wir jetzt hier das, was wir am meisten brauchen, nämlich was zum Essen. Außerdem gibt's hier noch eine Population von Tierchen, also so Reh-Hirsch-Zeugs. Und die holen wir uns natürlich auch nochmal gleich ab. Schön Mischwald. Mensch, herrlich, oder? Ist noch toll. Ich find das toll. So, Stone Cutter. Wir haben natürlich jetzt wieder wahnsinnig viel Personal übrig, die theoretisch bauen könnten, wenn sie denn würden. Hm. Trader ist grad da. Schauen wir mal, was der kann. Ein bisschen was zum Essen für uns. Wunderbar. Nehmen wir mal irgendwas, was wir vielleicht weniger haben. Korn. Weed. Weed. Und. Hm. Was haben wir noch so nicht? Wunderbar. Wunderbar. Okay. Dankeschön. Sehr freundlich. So. Da ist natürlich wieder was auf dem Feld liegen geblieben. Wer hätte das gedacht? Wie denn so immer? Oder so oft zumindest. Hier, die Chicken haben sich schon bis zur Grenze hier vermehrt. Die werden natürlich auch gekäuelt, die Jungs. Dann haben wir hier ein paar Schäfchen. Elf von elf. Das läuft auch ganz gut. Hier ist, glaube ich, so ein kleiner Schafsbraten, der hier liegt. Sehr angenehm. Na, was haben wir hier noch? Da sind noch drei Kühe übrig. Mal gucken. Das kann sich natürlich ein bisschen ziehen. Hier haben wir ein paar... Oh, da ist einer gestorben. An Erschöpfung quasi. Oder Verhunger zumindest. Das. Frozen to death. Oh, Mann. Na ja, gut. Weniger Esser. Was ist denn jetzt mit euch los? Habt ihr keine warme Klamotten? Was ist da? Ja, Hunger gibt es auf jeden Fall auch momentan wieder sehr, sehr viel. Unser Marktplatz hält auf jeden Fall aber trotzdem ganz gut hier die Stellung. Da geht ordentlich was. Mit den Häusern, das ist wieder mal so eine Sache. Ich habe jetzt 20 Bauarbeiter. Ich frage mich natürlich, wo die alle wieder sind. Weil gebaut wird gerade gar nichts. So, wie schaut es hier aus? Hier ist natürlich jede Menge Stein eingelagert, ist ja klar. Da hinten haben wir auch relativ viel wieder wegmachen lassen. Aber sollte jetzt sich dann auch irgendwann mal... Irgendwann muss man drüber hinweg sein, Freunde. Ja, ich glaube, das schaut ganz gut aus. Ich glaube, jetzt wird dann demnächst auch wieder ordentlich gebaut. Okay. Spring, das heißt... Unsere Felder werden wieder bestellt. Und momentan krebst die Nahrung so um die 20.000 rum. Ihr seht das hier. Das hält sich konstant, aber immer noch im leichten Sinkflug. Und ich hoffe, dass wir das mit ein paar Gebäuden dann auch auf die Reihe bekommen werden. Ihr könnt natürlich jetzt nochmal ein paar kleine Nahrungsanreize schaffen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht der überzeugte Fischerfreund. Ja, aber in dem Fall, bevor wir gar keine Nahrung kriegen, nehme ich lieber die, die ich irgendwie bekommen kann. Und ich glaube, dass wir das mit einem anderen Nomaden, sorry, Freunde, ihr nicht. Zumindest nicht heute. Morgen vielleicht auch nicht. Kann doch nicht aufnehmen. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. So, wo können wir denn hier noch... Da macht es noch vielleicht Sinn. So, hier noch ein Fischerchen rein. Zack, hier noch einen hin. Oder kriegen wir da die Straße rum? War ja klar. Nein, geht auch nichts. Von hier oben kommen wir wahrscheinlich auch nicht mehr ran. Doch, Tatsache. Können wir mal gucken, was da die Fischer hergeben. Die Fischer hier drüben, die lagern alle in das Lagerhaus. Das ist mir eigentlich ein bisschen zu weit. Deswegen kriegen die jetzt da nochmal eins her. Damit die das auch nochmal mit weglagern können, was auch immer da hinten alles produziert wird. Das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, aber auf jeden Fall, damit sie es lagern können. So, das sind dann die hier. Okay. Gut. Jetzt hier hinten. Schauen wir mal, was hier hinten noch geht. Hier hinten haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was angefangen. Aber wir müssen dann natürlich noch ein bisschen fertig bauen. So. Dann kommt jetzt erstmal hier nochmal ein Lager rein. Auch wieder für kurze Wege. Äh, nee. Wobei, wir müssen ja Häuser bauen. Es hilft ja nichts, ne? Sonst kriegen wir wieder so ein demografisches Problem. Ach, es ist ja auch manchmal echt zum Heulen hier. Dann bauen wir jetzt hier mal so vier Häuschen hin. Und, ähm, hier oben kommt mal wieder unsere Standard, also wirklich unsere Standardbesetzung rein. Also, dann brauchen wir hier noch unbedingt einen Förster. Das hat jetzt einen ganz besonderen Hintergrund, warum ich jetzt hier noch den Förster her setze. Das zeige ich euch gleich. Und zwar, jetzt haben wir hier Häuser. Die müssten jetzt natürlich, das darf man nicht vergessen, bis, Moment, bis hier hinlaufen, um sich Brennstoff zu besorgen. Ist natürlich schon so eine halbe Weltreise. Das heißt, es kommt auf jeden Fall hier unten noch ein kleiner Holzfäller mit rein, der einfach diese Enklave hier noch ein bisschen versorgt. Und dafür kommt natürlich dann auch hier hinten nochmal ein Sammler her. So, und wir könnten eigentlich hier hinten nochmal so einen Forster mit reinsetzen. Einfach der forstet dann hier noch ein bisschen auf. In der Zwischenzeit können wir da den ganzen Mist hier noch rausklauben. So, ist das auch erledigt. Schön. Gut, und in der Zwischenzeit können wir jetzt mal hier gucken, was denn uns noch eigentlich alles fehlt. Das ist gerade nicht besonders viel. Dafür können wir jetzt aber ordentlich in die Minen schicken. So. Wieder ein paar zufriedene Kunden. Ja, okay. Regeneriert sich relativ zügig. Wie schaut es mit unserer Bevölkerung aus? Geht es langsam mal ein bisschen normal weiter? Ja, es flacht sich schon langsam ab. Ich baue, wie gesagt, keine Häuser, ganz bewusst nicht, damit das nicht noch weiter angeheizt wird. Oder wenn, dann halt nur ganz wenig Häuser, aber nicht mehr so krass wie am Anfang, wo ich dann echt hier so eine ganze Reihe gesetzt habe. Das muss natürlich auch alles versorgt sein. Und ihr seht es, die werden auch viel, viel älter. Da sind junge Familien eher jetzt so die Ausnahme. Deswegen muss... Frozen to death. Ah, da unten gibt es keine anständigen warmen Häuser. Jetzt könnte man natürlich weiterhin hier hinten nochmal richtig so eine kleine, so eine kleine, aber feine Fischergemeinde aufziehen. So, dann verbinden wir die alle mal ein bisschen mit der Straße. Was ist hier los? Sterben gerade aber echt viele weg, du. Wahnsinn. Na ja gut, weniger zum Durchfüttern. Auch wenn es jetzt böse klingt. Aber die Nahrung geht natürlich schon auch ganz schön bergab. Jetzt können wir doch mal wieder ein paar rausziehen hier. Und die Sammler dafür wieder ein bisschen erhöhen. Ja, es wird schon. Es wird, Freunde, es wird. Und jetzt sollte auch eigentlich die Nahrung sprunghaft ein bisschen hochgehen. Oder zumindest merklich. Sagen wir es mal so. Ne, sie fällt. Ja, okay. Ein Versuch war es wert gewesen. Jetzt kommen da noch ein paar raus. Fischer haben wir demnächst auch ein paar unterzubekommen. Ja gut, die müssen jetzt erstmal da hinlaufen. Und dann müssen sie auch was essen irgendwann. Aber da wird auch schon ordentlich eingelagert. Es ist nicht so, dass da gar nichts geht, ne? Trading Post haben wir was. Schieb und Tschüss. Hier wächst wieder ordentlich was Neues auf dem Feld. Und drei neue Kinder geboren. Dafür wieder welche gestorben. Das wird jetzt natürlich so eine Meldung sein. Die ist dauerhaft für uns unterwegs. Das Neue dazukommen. Alte wegsterben. Das passiert jetzt laufend. Deswegen. Ja, wir lassen sie nochmal. Der Friedhof fast voll. Da müssen wir uns auch mal demnächst Gedanken dazu machen. Am besten irgendwie jetzt gleich. Sonst vergesse ich das nämlich wieder. Und dann haben wir den Salat, wenn dann irgendwann die Leute sterben. Aber die Zufriedenheit dauerhaft sinkt. Gucken wir mal, wo wir das unterbekommen noch. So, hier kriegen wir noch einen hin. Er ist auch relativ zentral. Sozusagen der Zentralfriedhof unserer Gemeinde. Hahaha. Ja, der Zentralfriedhof. Ich weiß, der war gut. Mit einer Dragstrasse davor. Gut. Die Kühe halten sich vehement hier. Ja, und jetzt geht's aber auch richtig. Jetzt sterben uns ein Haufen alte Leute weg. Das ist natürlich echt ein bisschen ärgerlich schon, ja. So, und die Sammler könnten wir jetzt natürlich noch mehr aufbohren. Werden wir auch tun. Sobald da ein bisschen Bevölkerung nachkommt. Es werden ja momentan... Es wird geboren. Das ist ja der helle Wahnsinn. Ja, hier. 2 mal 80, okay. Brauchen wir nicht drüber reden, ne. Es kann alles schnell gehen jetzt hier. 16.000 Nahrung momentan noch übrig. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie dann frei werden. Beziehungsweise ich werde jetzt noch ein paar frei machen. Die natürlich dann nochmal hier unterstützen. Hm, schaut gut aus. Schaut für den Anfang ganz gut aus. Und jetzt haben wir natürlich relativ viele Bevölkerung, die unterwegs ist. Auch hier vorne... Ja, schaut echt ganz gut aus. Fünf freie Arbeiter. Jetzt haben wir ja langsam aber Herbst erreicht. Mumps ist ausgebrochen. Da werden natürlich einige jetzt ins Hospital rennen. Ja, jetzt können wir die Geschwindigkeit wieder hochsetzen. Ab ins Hospiz mit euch. Ich hoffe natürlich, dass im Hospital das jetzt dann behandelt wird und auch hoffentlich geheilt wird. Und wir haben natürlich jetzt das nächste Problem, was ich jetzt gerade eben erst sehe, was ich die ganze Zeit vorher nicht gesehen habe. Wir haben einen kleinen Mangel an Herbst, sehe ich gerade. Und die können wir hinten natürlich auch nochmal ein bisschen erhöhen, indem wir hier auch nochmal so ein Herbalist reinsetzen. Und hier oben eigentlich auch, weil hier ist auch nicht viel. Ja, wir haben halt jetzt momentan einen echten Bedarf. The Child has died. Oh ja. Momentan ein echter Mangel an Herbst. 500 Beef können wir natürlich herhandeln und geben dafür... kriegen dafür 500 Squash erstmal. 500 Walnut und 500 Äpfel. Und jetzt erhöhe ich unsere Anzahl an Beef auf 1500. Natürlich jetzt ein bisschen fahrlässig möchte ich eben... Vielleicht ist es fahrlässig, ich weiß es noch nicht. Aber wir schauen mal. Nochmal ein kurzer Blick auf die Nahrungsproduktion. Die kriegt jetzt gerade ein bisschen wieder Wind in die Segel. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, ob es dann wirklich was gebracht hat mit der Nahrung hier im Banescht. Ob sich das langsam erholt und wie es sich erholt und vielleicht was so noch passiert. Das und vieles mehr in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und habt eine schöne Zeit. Lasst es sich gut gehen. Ciao. Euer Zwerg auf Zwergtube. Zwerg auf Zwerg.